Wir hatten das Wochenende in der Öffnung vom Kiosk hier auf der Blumenau, wo der Mausi führt. Wir hatten sehr, sehr viele Leute. Jung und alt waren da und wir haben es alle sehr genossen. Es war zwar noch ein bisschen frisch, aber es hat die Leute nicht abgehalten, um da zu sein. Und wir haben sogar heute irgendwie auch mitgeschaut, der Zauberfutze da, der jung und alt begeistert hat. Heute nehmen sie die Trottinette oder die Kickding, wie sie heißen. Ich wäre früher mit dem Moped rumgefahren. Also hier in Dresa. Also definitiv super. Tja, ich bin jetzt gerade umgesprungen, als ich noch anstrengend war. Ziemlich anstrengend. Ja, gut. Und jetzt zauber ich mich aus dem Bild jetzt. Jetzt wird es langsam anstrengend für den alten Mann. Auf ein super tolles Osterwochenende blicken wir zurück. Es waren hervorragende drei Tage, das Wetter hat mehr gespielt. Und der Mausi und sein Team haben hervorragende Arbeit geleistet. Endlich ist der Freizeitpark Kiosk geöffnet. Jetzt möchte ich aber für dich schauen in die Monatshighlights, wo wir jetzt im April starten mit dem Streetworkout. Und ich hoffe, dass ganz viele von euch dabei teilnehmen.